Jacevic, Airbox, für Wiesel, Moran Möhl, die sind so viele Wien. Die sind so viele, die sind so viele, die sind so viele. Ja! 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 Vielen Dank. Ja, Boll! Wo ist die Verschmung da? Ja, Boll! Los! 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 Stark! Los! Du siehst alles, was? Ganz wohl! Ich darf es dann auch. Ich wollte dann. Ich will aber nicht. Schön, oder? Los! Jawohl! 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 Schön, oder? Ja! Schön! Jawohl! Schön, oder? So schön! Schön! Und jetzt, dann! Jawohl! Ich wollte die Schmerzen nehmen. Ja! Ja! Jawohl! Ja! Jawohl! Ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Ich habe in den Zölber, der auch. Ich bin der Mann. Das ist ja ein Klasse, oder? Ja, ich hab mich nicht. Ja, ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Anges! Ich bin der Mann im Schloss. Das ist ja ein Kilo. Okay, ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Für unsere Gäste, Alexander Jacevich, Alexander ist 25 Jahre alt und Beruf Bergmann. Er beschützt bisher 48 Kämpfe, 38 Mal verließe als Sieger den Ring. 2009 wurde er Dritter bei den polnischen Meisterschaft. Dies Jahr gewonnen als Thomas Alamec Gedächtnis Junior. Betreut wird er, den Namen kennt ihr mittlerweile, von Torek Jasinic. Ring frei, Runde 2. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Silbermedaillengewinner. NRW-Meister wurde er dieses Jahr. Betreut wird auch von Ali Guetari, der klettert gerade aus dem Link, und Janusz Kazyuka. Reden frei, Runde 3! Witches, Runde 5! Vier, das war, das war. Wann geht's? Wann geht's? Baut mal auf! Wann geht's? Wann geht's? Das war's für heute. Aufwärts, Musik auf! Musik auf! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.